so freunde der nacht Moin, wir starten hier auf Everest Harbor, wie ihr seht, da oben steht es ja und hier sehen wir den schönen Planet Hurston, wenn wir gerade drauf gucken und wir machen eine einfache Paketmission warum? weil eine mal schief gelaufen ist und das wollen wir ja nicht auf uns sitzen lassen deswegen starten wir nochmal neu, wir holen uns ein kleines Schiffchen kein großes mal, damit wir schön nah landen können und nicht so weit laufen müssen und dann gucken wir mal, hoffen wir mal, wie es läuft ob es jetzt mal besser ist let's go, fangen wir mal an gucken wir mal, was wir für ein Schiffchen nehmen die Anvil passt schön klein und die Pakete kriegen wir auch rein so Pat 01 da wollen wir mal hoffen, dass es jetzt besser klappt man weiß ja nie aber wir gehen erstmal zum Schiffchen und dann holen wir uns die Mission nehmen wir auch direkt die erste, die er anzeigt egal, was hat dies na Aufzug hat man noch gedrückt, oder? da ist wieder warten aber kommt da so 01 schreibt mir in die Kommentare ob wir als nächstes machen wie gesagt, einige hatten sich ja die einfache Paketmission gewünscht und letztes Mal nächstes Mal können wir ja mit was Schwierigem anfangen wie ihr seht, hier kriegen wir ja einige so rein da wollen wir mal gucken gucken wir mal ins Moody Glass was wir so haben so hier haben wir doch schon was Hörsen, 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 Hörsen Hörsen, Hörsen L2 Mäh L2 hört sich nicht gut an wollen wir nicht wir wollten ja nur zu denen hinfliegen auf Planeten aber nimmer dat Schiffchen starte da ist er schon mal aber direkt kann man nicht anfliegen und dich kann man anfliegen da holen wir ja der erste ab und schwupps und wir sind im Dunkeln 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 na klar da muss man schon wieder Licht abmachen vor Gas Das war's. Mal schauen, ob wir miteinander ran schlafen, ob wir selbst so weit erhoffen müssen. Wenn du kleinen Schiffchen dauerst, hat das ja kein Problem gehabt. Hab ich doch mal. Hab ich doch mal. Hab ich doch mal. Geht schon ein bisschen dreckig rein. Schmuck. Schiff lassen wir mal an. Wir sind mal so mutig, dass keiner klaut. Ich bin blau. Ich bin blau. Schiff. Ach, kapschort. Ich bin blau. Schiff. Da hin. Und ab zum nächsten. Oder so. Tschüss kleine Station. Schiff. Der nächste Schlaf. Schiff. Komm mal dahin. Tatsächlich schmacht er. Achso, gut. Mal auf die andere Seite. Wir schauen mal Licht. Schiff. Ja. Das ist meine Hilfe. Schiff. Eine neue Reihe. Die Karte ist jetzt auf. Naja, bis jetzt läuft sie. Wie ihr wisst, wir haben ja mittlerweile ein paar größere Schiffe am Start. Wie ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst. Wie ihr wisst, ihr wisst. Wie ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst. Schnellverfahren hier alles. Oh, ein Rot. Gut. Da kommt bestimmt nachher ein Grünes. Oder drauf. Oh. So. Oh. Oh. So. So. Auf zum nächsten. Auf Wiedersehen, kleine Station. Ah, die Sonne lacht. Oh. Oh. So. Und da ist der Drop. da müssen wir noch einen Ramp holen kommen wir aber noch nicht hin hier irgendwo Droppunkt Droppunkt Magda, Magda Da Da haben wir noch was Ja, ich bringe das gleich Pickup So Jetzt aber Das sieht schon besser aus Bottom drive Is now off Bottom drive Is now off Das letzte Und dann heißt es nur noch abgehen Ich glaube beim letzten Mal waren es nur Zwei Pakete Dann ging irgendwie gar nichts mehr Die Dann gehen sie auf Ich bin Mitten auf die Berge. Ja, das hat hier Verkehr angezeigt, aber ist hier los oder liegt hier nur so rum. Spaß ist nicht. Schauen wir mal. Lauf, lauf, lauf. Jetzt sagt er wieder 123 Meter. Das war bestimmt eine Anzeige. Hier will ich noch. Wollen wir hinfliegen? Nein, muss laufen. Egal. Da fangen die Schwierigkeiten schon an. So, komm mal dran. Siehste? Ja, das ist egal grün. Naja, da muss man auch die paar Meter laufen. Zum Schiffchen, nach Salz. Springen nützt damit viel. Und dann schlafen. Na ja. Kriegen wir es schon hin, ne? Dann stellen wir dich mal hier auf die linke Seite. Na, bleibt liegen. Und auf zum Abgabepunkt. Mit den Augenberg. Schön gemacht. Aufgeben. Na, muss man hier. Zumal hier. Zumal hier. Zumal hier. Zumal hier. Zumal hier. Zumal hier. Ich glaube, es läuft schon mal auf jeden Fall besser. Zumal hier. Oh mein, der ist jetzt auf. Oh mein, der ist jetzt auf. Ah, das war eine Krone, das. Help, help! Bottom drive is now up. Hook, hook, hook. Fogance. Okay, okay. It's almost no an animal shift here. Oh, cool. Was der will, was der freundlich gesonnen ist. So, die Reihenfolge sollte ja egal sein. Die muss er abgeben. Ich bin gespannt, ob der uns in Ruhe lässt. So. Oh, come show. Drop. Stopp. Das ist weggeflogen. Mit seinem großen Schiffchen. Oh, Freunde in der Nacht. Gleich schauen wir, ob die schafft. Das ist weggeflogen. Alles noch. Und das letzte. Das ist weg. No, schauen wir mal an. mal die Kohle kriegen 8000 haben wir bekommen es hat geklappt naja dann verabschiede ich mich mal und sage mal auf Wiedersehen wie gesagt schreibt mir was man als nächstes machen soll und dann hauen wir mal rein also bis dahin macht's gut und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.